so jetzt geht es wieder keine ahnung was es war wahnsinn ich habe es irgendwie überlebt es ist manchmal ganz komisch mit den phasen wo sind die gegner jetzt habe ich das beste verpasst so attacke das ding einfach wieder ab hast du eigentlich den erfolg hier oder ist was hinter mir hinter mir so ich bin ja mal gespannt ob wir das noch hinkriegen ja oben geiern die um die ecke hey wer hat mir meinen markt geklaut weil ich habe penner kann ich verarschen oh wieso gehst du gerade drauf weil mich keiner heilen möchte ja hat ihn wieder zurückgegrabt siehst du das ist genau das was ich meinte wie schnell die heiler da reagieren zack hat er ne bubble drauf gehabt imbro guck nicht so blöd da oben friss friss mein tierchen friss mein tierchen friss Ich habe vorhin ein Magier mit 200k Leben gejagt. Ich glaube ein Magier war es eines von irgendwas war es jedenfalls. Und die Heiler, der hat nur gelebt durch die Heiler. Und ich werde es beim sterben. Nee. Ein bisschen Heilung wäre vielleicht jetzt ganz sinnvoll für dich. Bisschen ist gut. Ich will dir einen Verband trügen. Die sind draufgegangen ey. Dank dem NPC. Oh. Oh. Sind die jetzt wieder beim Event oder was? Nee hier vorne bei der... Nee nee. Brücke. Brücke laufen gerade hier rein. Sind hier noch relativ... Oh Mann. Noch relativ viele hier von der Horde. Weiß ich nicht, warum die sich jetzt hier zurückgezogen haben. Boah, jetzt lag das wieder. Ah, die heilen ihren Boss, diese Penner. Ja, kommen sie nicht, kommen sie nicht gegen an, das kriegen wir hin. Hup. Ja. Rückzug. Und Quest beendet. Und wieder annehmen. Ähm. Ja, das war jetzt das erste Mal Ashran hier aktuell. Ähm. Was meinst du? Wollen wir dann nochmal weitermachen? Und hier erstmal das Ganze beenden? Jetzt haben wir Truhe voll gemacht bei dir. Hm. Da kann man ein bisschen das Equipment pippen, aber sehr, sehr interessant, also Hexer, boah, das, oh hier, oh, warte, bleib hier, ich hab grad ein Stück zurückgerannt, den musste ich einfach mitnehmen, ging nicht anders, ähm, kein jediger Gnom, ja weißt du, jetzt fühle ich mich stark, wo hier so 20 Leute rumlaufen, um mich herum, du, da hab ich großes Maul, ähm, hat sich gelohnt, diesmal glaub ich, bisschen oft leider den Buff verloren hier mit Ordos, so, aber Hexer, boah, Hexer sieht gut aus, hätte ich auch mal Lust drauf, ein bisschen schade ist nur halt eben, Ashran, diese Lags, die man ständig hier, ähm, oder manchmal eben hier hat, ähm, du bestimmte Gebiete reinlust, äh, ist komisch, immer dieses, Das ist dein Rechner, achso, naja, nur weil ich ein Amiga hab, hör mal, Windows 95, ähm, Musstest du, dass man hier die Wolfsreiter hier verbacken kann? Nee, das ist jetzt hier dreckig exploiten, ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, bin ich jetzt aufs Maul bekommen von dem? Nee, mach nix, mach nix, einfach nix. Die kämpfen jetzt gegen den Gladdy, okay? Genau, der Gladdy wird aber nicht sterben. Aber die Wolfsreiter sterben, oder nicht? Guck mal, du bist tot. Ja, egal, jetzt greifen die... Mich an? Im Ernst, dein Ernst, das ist dein Ernst? Oh, jetzt greifen, okay, die greifen den jetzt tatsächlich an. Ja, und der Gladiator kann nicht sterben, das ist das Ding. Aber spawnen da immer wieder neue Wolfsreiter nach, oder wie läuft das ab? Keine Ahnung, ich denk mal, die müssen halt auch diese Artefakte für abgeben, oder nicht? Ah, stimmt, tatsächlich, ja. Ja, die scheinen nicht wirklich drauf, also doch ein paar gehen davon drauf. Ja, die Wolfsreiter werden sterben, das ist hundertprozentig. Der Gladdy aber hingegen nicht. Ich geh mal davon aus, aber wenn jetzt irgendein Spieler aus Spass mal Schaden drauf macht, wie der Feralon jetzt, dass der gleich ziemlich die Zähne rausgeschlagen bekommt... Ja, weil die Wachen da schon ein Agro drauf haben. Fühlst dich jetzt stark? Okay, übel. Ja, DK, guck mal auf sein Leben, ey. Ich sehe nicht mehr, was ist er denn? Cross-DK, habe ich im Target. 621, übel. Nicht schlecht. War lustig, dann machen wir nochmal weiter im nächsten Teil. Let's fail in World of Warcraft. Ashran, bis zum nächsten Mal. Noch ein paar Abschlussworte, Asus? Ja. Bitte nichts, was man rauspiepen muss. Ja, dann nicht. Okay.